Willkommen zur dritten Folge von Dishonored 2. Es ist immer noch die gleiche Aufnahme und wir wollen gerade auf die Straßen von Dambol gehen, um den Plot zu entziffern, was das alles bedeutet. Und wer da alles mit drin steckt. Ein langer Tag in Dambol. Delilah und Herzog Luca Abil haben den Tower erobert. In Dambol ist es für dich nicht mehr sicher. Flieh aus der Stadt, indem du dich in einem Schiffskapitän am Hafen triffst. Straßen von Dambol. bis ich alles verstanden habe muss ich mich verstecken ich muss ins hafengebiet kommen buch über alte geschichten hier wieder ein buch wer will kann sich das durchlesen was würde meine alte gouvernante sagen wahrscheinlich dass ich gerade sitzen und wymen heiraten solle sie würde mich fragen wann der krieg der vier kronen endete 1625 20 Und erstmal durchschwellen. Man weiß nie was auf der anderen Seite ist. Aber es scheint alles unsicher abzusehen. Was kann ich nur tun um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Falkensturz, lass dich von oben auf einen Gegner fallen um keinen Schaden zu erleiden. Drücke kurz vor der Landung R2 um einen Falkenangriff auszuführen. Oder R1 um deinen Gegner zu überwältigen und nur bewusstlos zu schlagen. Okay. Das wusste ich nicht. Au! Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Ich muss ein Schiff finden. Schlechte Nachricht. Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's. Das war's. Das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg zurück. Und der ist der Befehl. Die haben die Gäste an die Gäste an dem Weg. Wir kommen die Gäste an die Gäste an. Und die sind nicht Clem. Dann können die Gäste an die Gäste an die Gäste an die Gäste an die Gäste anwenden. sind. Dann wird alles sehr schnell gehen. Erledigen Sie Ihre Aufgabe und Sie werden auch belohnt. Oder wenden Sie sich jetzt gegen mich und ich bitte den Herzog, seinen Attentäter zu Ihren lieben Eltern zu schicken. Der Kronmeuchler ist der letzte, den Sie am Esstisch haben wollen. Mortimer Ramsey. Das stimmt, was richtig ist. Spiel auf Deine Art. Teil 1. Solltest du in Deck werden, ist es kein Weltuntergang. Du hast immer noch verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Töte alle Gegner im Kampf, setze die Gegner nur außer Gefecht, fliehe und verstecke dich, bis deine Gegner die Suche einstellen. Nutze Kräfte, Ausrüstungsgegenstände und List, um die Situation auf kreative Weise zu meistern. Ja, wie schon angesprochen. Man hat hier sehr viele Möglichkeiten, durch das Spiel zu kommen. Hermann Coutrin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Aber jetzt sind mir im Moment zu viele. Ich bin immer wachsam, müssen wir das nicht zweimal sagen. Entschuldigung. Ach, ich bin immer wieder weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Äh... Da haben wir verstanden. OK. hat sich was bewegt hat sich nicht ich weiß nicht wie schnell da auf der anderen Seite ist eben bringe ich auch mal hier rein guck mal schön boah das war knapp er hat was bemerkt aber er muss glaube ich gleich schnell agieren wohl doch nichts ok gut und den Auffang sicher ja sicher ok wie viel hätten wir jetzt schon mal was da ist auch noch einer drin hm ok sicher zu gehen wo er gerade ist ok ok huh keiner schief gelaufen gut ja das klappt ja schon mal ganz gut So, brauchen wir jetzt also nicht. Aber wichtig, kein geringer als der Herzog von Serkonos wird mit einem Gefolge hochrangiger Gäste und exotischer Ausrüstung zu Ehren unserer Kaiserin anreisen. Lassen Sie sie passieren und belästigen Sie sie nicht mit den üblichen sinnlosen Inspektionen. Und wenn Sie die Überraschung verderben, kostet Sie das Ihren Kopf. Geben Sie diese Anweisung an alle Truppen weiter. Hauptmann Mortimer Ramsey. Erster Offizier, Nachtwache. Ja, was ist gestern? Ein bisschen Gesundheit habe ich verloren. Wahrscheinlich schon. Runterfallen. Ist hier noch was? Nein, nein. Metallkasten. Eine leere Metallkasten. Okay. Super. Aber da sehe ich noch was. Ah, bist du und guck mal. Okay, habe ich. Kupferdraht. Und Nummer 10 Münzen. Schöpftür. Oh, eine Granate. Mal sehen. Ups. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Das ist eine. Das ist nur eine. Äh, äh, äh. Ich bin da, ja, zwei Schöpfe dazu. So, reingucken. Alles sicher. Okay. Und. Reingarten. Ja, erstmal alles prüfen. Wie man das so macht, hat es keiner rein. Deine nicht. Das… Das isth이고. du bist ein Mann. 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 Nehmt den erst mal hin. Wir haben auch schon Glücks- Salarit. 15 München. Klang teurer. Umbracholz-Fischstatur. Umbracholz-Fischstatur. 50 München. Schrank. 2 München. 2 München. Hm. Ich mach mal die Tür zu. Vielleicht macht das zu viel Krach, wenn ich jetzt die Scheibe anschlage. Und den Gesundheitsdang. Ich dachte schon, da sieht man lieber aus. Lass den hier nicht abführen sich. Öffnen. Der sieht ja nie. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier die Stoff. Ich habe hier. Ich habe hier. Die rechte Konfrontation von Donau, oder? Oh, da sind wir doch noch mehr. Oh, hier steht es. Ja, super. In die Ecke stellen. Damit er uns nicht sieht. Oh, das hat mich nicht gesichert. So lange die anderen nicht entdecken müssen, ist mir egal. Oh, da sind wir jetzt hin. Der kommt einfach. Und, zack. Und, zack. Oh nein. Lügen. Und. Ja, okay. Den lädt ich jetzt nicht. Wir tragen müssen. Gut. Ah. Es ist ein Geräusch, das ich nicht gerne höre. Warum nicht meistens entdeckt? Ja. Wir haben es gesehen. Ah. Super. Wir sind jetzt dran. Wir müssen es. Ja. Ne. 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 Das dauert wirklich nicht lange. Das dauert wirklich nicht lange. Das kann ich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt nicht alle entdeckt. Aber schon geht es mir wieder. Ui. Und. Treffer. Okay. Ja. Den ist das eigentlich relativ egal. Oh. Da kann ich den. Den. Ja. Da gehe ich am besten nicht her. Ich versuch die mal irgendwie zu umgegen, wie ich hier herlaufe. Warte, warte, warte. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Hm. Also ein Startstreich. Die Coldwinds sind endlich gefallen. Dass ich das noch erlebe. Sieht so aus. Nicht nur. Scht. Wir sollten darüber nicht sprechen. Bis später also. Oh. Hier. Hier. Oh. Soll ich helfen? Hier oben. Was haben die Zivilisten gesehen? Was? 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 Fast bloß auf, Klak. Eyy. Äh. Äh. Das kann ich ja jetzt gerade so sehen, wie gut. Gut, ein Kuscheln. So, ich glaube, ich helfe dir beim Suchen. Eine Pause. Sag dann Tschüss und bis zur nächsten Folge von Diss on a 2. Diss on a 2.